So, und du kriegst auch noch ein bisschen Deko, dann kannst du nämlich auch mit Halloween feiern und kannst du Halloween hierbleiben, weil es sind nämlich nur noch, ach, es sind so wenig Tage nur noch bis Halloween, da muss ich erstmal, ich muss das erstmal erzählen. So, erstmal telefonieren. Oh, ja, hi, hi, ich wollte mit dir schon mal die Halloween Pläne besprechen, gut, dass du dran gehst. Wie, das ist noch lange hin? Nein, 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 wir müssen doch jetzt schon überlegen, was wir alles machen. Also, ich habe bei mir schon mal die ganze Wohnung dekoriert. Ja, auch meinen pinken Plüschi habe ich dekoriert, natürlich habe ich den dekoriert. Ich räume den doch nicht weg, nur weil Halloween ist. Also, der hat so Spinnenweben bekommen und ich habe meine ganze Halloween-Deko vom letzten Jahr wieder rausgeholt. Was lachst du denn? Wie, das macht man erst eine Woche vorher? Nein, den ganzen Oktober feiere ich Halloween. Ja, den ganzen Oktober. Also mindestens 30 Tage lang, wenn nicht sogar 31. Ja, also Halloween ist ein ganz am... Wie, Halloween ist nur ein Tag? Nein? Ganz sicher nicht. Also, kommst du jetzt zu meiner Party oder nicht? Ja, die ist am 31. Genau, ja. Ja, genau. Und komm, bitte verkleidet dieses Jahr, nicht wieder ohne Kostüm kommen. Was ist das denn? Wie sieht das denn hier aus? Was soll denn das hier? Meine Mitbewohnerin, da bin ich mir sicher. Ich meine, sonst lebt ja auch keiner außer uns hier. Hallo. Hast du hier überall diese furchtbare Halloween-Deko hingepackt? Also erstmal, sprich sowas bitte mit mir ab, das finde ich gar nicht okay. Und außerdem, wer interessiert sich denn für Halloween? Es ist so kalt draußen, es ist eigentlich schon Weihnachten. Also, ich finde, man kann besser drei Monate Weihnachten feiern, als den einen Monat auch noch an Halloween zu verspenden. Und ich mache das hier jetzt auch alles weg. Und da kommt jetzt stattdessen schon mal Weihnachtsdeko hin. So, hier eine schöne Decke. So, du kannst bleiben, du bist auch weihnachtlich. So, dann mache ich nämlich auch in die Kissen gehen. Ja, nee, also, wenn du jetzt nicht zu Hause bist, kannst du da wohl nichts gegen machen. Das hast du einfach Pech gehabt. So, die Halloween-Deko kommt weg. So, erstmal Zeit. Für ein Selfie hier. Okay, und dann rufe ich doch mal... Ach, ich rufe erstmal Clarissa an. Mal gucken, wie die das Selfie findet. Erstmal schicken. Okay, du hast noch nicht gesehen, aber ich rufe sie erstmal direkt an. Hi! Hast du das Selfie gesehen, was ich dir geschickt habe? Nein? Ah, okay. Guck sie auf jeden Fall direkt an. Es ist so gruselig. Und ich wollte dich auf jeden Fall zum Filmabend einladen, weil ich habe schon die besten Horrorfilme rausgesucht. Und die gucken wir dann und dann gruseln wir uns richtig und dann werfen wir überall Popcorn rum. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe meinen Mitbewohner rausgeworfen. Weißt du, was der machen wollte? Wie? Ich hätte den nicht rauswerfen dürfen? Naja, egal. Willst du bei mir einen ziehen? Ich bin auf der Suche noch nach Mitbewohnern. Aber nur, wenn du Halloween genauso feierst wie ich. Auf jeden Fall, der wollte meine Halloween-Deko wegpacken. Ich habe gesagt, entweder gehst du die Halloween-Deko. Also, die Halloween-Deko geht nicht. Ich habe gesagt, du gehst. Und der wollte schon für Weihnachten dekorieren. Aber, ja, ich weiß. Ja, ist nicht so lieb. Ja, ich finde schon jemanden Neues bis Halloween. Also, einen Monat habe ich da auf jeden Fall Zeit für. Und, weißt du, wo wir auch auf jeden Fall hin müssen? Wir müssen in dieses Gruselhaus. Weil das ist auch nur noch drei Wochen da. Also, das ist genau bis Halloween. Und das soll so gruselig sein, wie ein echter Horrorfilm. Wie, das ist dir zu gruselig? Nein, du musst auf jeden Fall mitkommen. Ich passe auf dich auf. Naja, ich muss mich jetzt wohl irgendwie mit dieser Halloween-Deko begnügen. Dann warte ich halt noch einen Monat bis Weihnachten. Aber wenigstens konnte sie mich wirklich nicht rausschmeißen. Und ich kann hier wohnen bleiben. Das ist ja immerhin etwas. Das ist auch ein bisschen ein krasser Kündigungsgrund. Jetzt ruft sie mich schon wieder an. Ja, was gibt's denn? Was? Wer bist du? Bäh! Was, das ist nur eine Maske? Ach, was soll denn dieser Unsinn? Deswegen mag ich Halloween nicht. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Ach nee, die Maske gefällt mir auch gar nicht. Was für ein Kostüm ich hab? Ja, gar keins. Ich komm auch nicht zu der Halloween-Party. Ich will auch gar nicht von so mit Kostüm genährt werden. Ich will doch wissen, mit wem ich spreche. Und vor allem auch am Telefon. Nee, und die Maske ist richtig hässlich. Ja, die soll hässlich sein, aber das macht es nicht besser. Kannst du da nicht wenigstens, keine Ahnung, eine Einhornmaske oder so tragen? Das wäre netter. Oder den Weihnachtsmann. Vergleit dich doch einfach als Weihnachtsmann. Nein, ganz ehrlich, vergleit dich gar nicht. Und ich verkleid mich auch nicht. Zeit für mehr Selfies. Und das wird direkt auch das Titelbild für meine Einladung. Ich mach jetzt erstmal die Einladung fertig. Beziehungsweise kann ich das nicht einfach auch als Sprach... Einladung als Sprachnachricht. Beste Idee. Also ich mach jetzt erstmal eine Sprachnachricht fertig. Und dann schick ich einfach das Bild. Also erstmal das Bild senden. Und dann kommt einfach dazu die Sprachnachricht. Hey Leute, ich mach die beste Halloweenparty des Jahres. Haltet euch den 31. frei diesen Monat. Es ist Halloween. Es wird mega gruselig. Uuuuh. So gruselig wird das. Nur noch viel, viel mehr. Also ihr müsst alle verkleidet kommen. Es gibt den größten Kostümwettbewerb überhaupt. Also auf jeden Fall in diesem Haus. Und naja, vielleicht gehen wir nachher noch auf eine andere Party. Wir dürfen hier ja nur bis... Ihr wisst ja, bei uns ist es ein bisschen streng alles. So um 9.30 Uhr müssen wir bei uns definitiv raus sein. Also wenn jemand noch eine zweite Location hat, wäre das mega. Und es können auch nur 10 von euch kommen. Also ich hab das jetzt in die Gruppe geschickt. Ich hab eigentlich einfach alle meine Kontakte eingefügt. Aber es können nur die ersten 10 rein. Also das sind so die Grundsätze. Und bringt auf jeden Fall was zu essen mit. Das wäre auch mega. Also ich hol nichts. Genau. Viel Spaß. Bis dann. Ach, das war ein langer Tag. Keine Ahnung, wo meine Mitwohnerin schon wieder ist. Aber scheinbar hat sie eine Sprachnachricht geschickt. Ganz viele haben schon geantwortet. Okay, sie will hier eine Party machen. Ganz sicher nicht. Also da muss ich jetzt echt schon wieder ein Veto einlegen. Also da werde ich ja echt zum Grinch hier. Das ist zwar eigentlich auch Weihnachten, aber Weihnachten darf ich ja noch nicht feiern. Deswegen werde ich jetzt hier einfach zum Halloween Grinch und sage, nein, ich hasse Halloween. Naja, das hier ist ja grün und eigentlich können wir auch schon über Frühling reden. Wie auch immer. Also ich schreibe jetzt auf jeden Fall, dass hier keine Party stattfindet. Das ist ja wirklich eine furchtbare Idee. Oh, ich hab eine noch bessere Idee. Okay, warte. Nein, warte. Haben schon 10 Leute zugesagt? Aber ich lebe ja hier. Ich kann auf jeden Fall kommen. So, ich komme hier hin. Und dann ruiniere ich die Party nämlich für alle. So, und dann wird sie sich zweimal überlegen, ob sie jemals wieder hier eine Halloween Party feiert. Also, was hatte sie gesagt? Jeder soll selbst Essen mitbringen? Ja, was ist denn das auch für eine bescheuerte Planung? Und nur die ersten 10 können kommen. Na gut, dann wird es wenigstens nicht so voll. Also, wie könnte ich das ruinieren? Ich kann ja ein paar super scharfe Sachen irgendwie bestellen. Und wenn keiner guckt, mische ich das einfach in den Punsch und ins Essen. So. Und dann zerschneide ich noch ihr Kostüm. Also, die Partyplanung läuft ja auf Hochtouren. Es haben schon... Oh, die meisten Leute sagen ab und finden... Was? Das ist eine super Party-Idee. Da brauche ich doch direkt... Was? Die Süßigkeiten sind leer? Naja. Und die Batterien anscheinend auch. Also, was ist denn hier los? Wer hat die denn... Oh, das war bestimmt wieder mein Mitbewohner, der die alle gegessen hat. Das ist richtig, richtig frech. Wo kriege ich denn jetzt neue Süßigkeiten her? Und die Leute wollen anscheinend auch nichts mitbringen zu meiner Party. Ich finde das voll gemein. Ich hatte die beste Idee mit der Party. Und dann können die ja wenigstens was beisteuern. Okay. Dann muss ich halt einfach... Ich rufe wieder... Nein, es ist an meinen Indien gefallen. Das ist alles furchtbar. Also, ich rufe jetzt einfach... Klack das halt wieder an. Ja. Oh, wieso dauert das denn so lange, dass du ans Telefon gehst? Naja. Also, weißt du, was mir passiert ist? Meine Süßigkeiten sind alle weg. Sag mal, Mitbewohner hat die gegessen. Ja, ich hatte den rausgeworfen, aber er meinte, der Mietvertrag gibt das nicht her, dass ich ihn rauswerfe. Und ich bin gar nicht die Hauptmieterin. Wir sind beide gleichberechtigt und ich kann ihn gar nicht rauswerfen. Egal. Damit... Darüber reden wir jetzt nicht. Also, meine Süßigkeiten sind auf jeden Fall alle. Die ganzen guten Halloween-Süßigkeiten hat er gegessen. Und kommst du mit? Süßes oder saures machen? Also, ich will einfach bei den Nachbarn fragen. Und dann sagen wir, Süßes oder saures. Und dann sollen die uns einfach was geben. Wie, das macht man nur in Amerika. Ich habe mir hier schon den großen Korb rausgesucht. Und ja, den großen Korb, wo wir sonst die Decken drin haben. Also, da passen mindestens 10 Liter Süßigkeiten rein. Nee, du kommst... Was? Also, wir treffen uns in 10 Minuten. Ist mir egal, ob du keine Lust hast. Das wird jetzt gemacht. Komm. Boah, was soll das denn? Ach, Mann. Oh, halt die Klappe. Was soll denn das? Ich will doch nur Süßigkeiten essen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Meine olle Mitbewohnerin hat hier einfach ein Reel gemacht. Was macht die da? Sie läuft einfach draußen rum mit einem Korb und belästigt Leute. Und fragt sie nach Süßigkeiten. Süßes oder saures? Oh, das ist doch was für Kinder. Sowieso, Halloween ist nur was für Kinder. Außer solche komischen Gruselfiguren. Also, entweder ist es für Kinder. Oder für welche, die auf gar keinen Fall Kinder sein sollten. Wenn sie sich solche gruseligen Sachen angucken. Aber es gibt nur die beiden Optionen. Also, wir sind doch erwachsene Menschen. Man geht doch nicht rum und holt sich einfach Süßigkeiten von fremden Leuten. Und klingelt da einfach und nervt die. Das ist doch eine furchtbare Idee. Oh, Mann. Kann ich die nicht einfach rauswerfen? Wo bin ich hier nur gelandet? Oh, Mann. Das ist alles einfach richtig blöd. Ich hasse es. Und ich will Süßigkeiten. Geh doch endlich mal dran. Ja, hi. Guck mal, ich habe immer noch meine Spinne auf. Ist sie nicht cool? Naja. Also, ich brauche ganz dringend deine Meinung wegen meinem Halloween-Kostüm. Wie? Ja, ich weiß, dass ich noch Zeit habe. Aber ich bin ja was am Selbermachen. Und das dauert bei mir immer. Also, du weißt ja. Also, meine Idee ist, dass ich als Zauberer gehe. Und dafür habe ich dieses Hühnchen hier. Dieses Hühnchen. Damit kann ich Zaubertricks machen. Das kann auch ein bisschen Geräusche machen. Finde ich mega gut. Dann habe ich hier schon dieses Hemd. Das habe ich auch rausgesucht. Ich finde, die Farbe ist richtig, richtig magisch. Und ich habe noch super viel von diesem weißen Fluffzeug. Von diesen Spinnenweben. Und ich finde, diese Spinnenweben sind halt, die sind ja auch mega, mega magisch. Also, die brauche ich auch. Und hast du eine Idee, was ich daraus machen könnte? Also, es soll irgendwie was mit Zaubern zu tun haben. Ich war ja letztes Jahr Spinnenlady. Da habe ich die Spinne ja noch her. Wie? Ich finde das blöd. Du musst mir helfen. Ich will nicht einfach irgendwas bestellen. Ja, ich weiß, dass ich noch Zeit habe, was zu bestellen. Aber ich will nichts bestellen. Bitte. Was? Hat es an der Tür geklingelt? Da gehe ich jetzt aber nicht dran. Ich war doch gerade am Schlafen. Was soll denn das? Mein Handy klingelt auch noch. Hallo. Ja, was gibt es denn? Wo bist du? Ist der Halloween-Party? Soll ich hier stattfinden? Achso, das ging nicht. Deswegen hast du ja jetzt woanders gewandt. Ich bin im Moment so gestresst von der Arbeit. Ich habe das total vergessen. Naja. Also, immerhin gut, dass du nicht hier bist dann. Aber... Was? Ich soll... Nee, ich komme jetzt nicht zur Party. Ich soll mich jetzt um irgendwelche Kinder an der Tür kümmern? Was... Was wollen die denn? Süßigkeiten? Nee. Ich habe keine Süßigkeiten besorgt. Warum denn? Was laberst du denn? Ach, heute ist Halloween. Ist das immer am 31. Oktober? Nee, das habe ich total vergessen. Das ist mir ja auch ehrlich gesagt total egal. Nee. Nee, also ich komme nicht zur Party. Ich stelle vielleicht einfach dieses Grusel-Ding nach draußen. Dann erschrecken die sich und kommen vielleicht einfach nicht mehr. Ja, und dann lege ich mich wieder schlafen. Ja, gute Nacht. juga... Wie auch. Ja,� ilk فيо. Snowbox. Wow. Wie auch. Woay. Woa. 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 Roa. Bis zum nächsten Mal.